Der Master of Engineering, kurz M.N. oder M.A., in einigen Ländern auch M.I., ist ein akademischer Grad, der durch das Masterstudium einer Ingenieurwissenschaft erlangt werden kann. Es ist ein zweiter berufsqualifizierender Hochschulabschluss, der auf ein grundständiges Bachelorstudium aufbaut und zudem für eine Promotion berechtigt. Ebenso wie der Bachelorabschluss berechtigen auch das Diplom einer Fachhochschule sowie das Diplomi einer Gesamthochschule für ein Masterstudium. Das Diplom einer Universität sowie das Diplom zwei einer Gesamthochschule sind akademisch mit dem Masterabschluss gleichgestellt. Bologna Prozess Durch den Bologna Prozess wurde der akademische Grad des Diplom Ingenieurs in vielen Hochschulsystemen durch die Bachelor- und Masterabschlüsse ersetzt. Der Master, der in der Regel weitere drei bis vier Semester dauert, ist mit dem Diplom einer Universität sowie dem Diplom zwei einer Gesamthochschule gleichgestellt und hat eine Gesamtleistung von 300 TCTS-Punkten. Der Master ist hierbei ein konsekutiver Studiengang, der bereits auf ein abgeschlossenes Bachelorstudium oder das Diplom einer Fachhochschule sowie das Diplomi einer Gesamthochschule aufbaut. Mit dem Master of Engineering ist es ebenso wie mit anderen Masterabschlüssen, sowohl mit dem Abschluss einer Fachhochschule als auch einer Universität möglich, zur Promotion zugelassen zu werden. In Österreich wird an Absolventen regulärer Ingenieurwissenschaftlicher Masterstudien weiterhin der Grad Diplom Ingenieurin verliehen, der in der englischen Fassung des Masterzeugnisses zudem mit Master of Science übersetzt und für gleichwertig erklärt wird. Der Grad Master of Engineering wird dort nur in wenigen Weiterbildungsprogrammen verliehen. Der Master of Engineering wird nur im Bereich der Ingenieurwissenschaften verliehen. Je nach inhaltlicher Ausrichtung des Studiengangs kann in den Ingenieurwissenschaften auch der Master of Science verliehen werden. Master-Studiengänge sind nach den Profiltypen stärker anwendungsorientiert und stärker forschungsorientiert zu differenzieren und können entsprechend den unterschiedlichen Aufgaben der Hochschulen sowohl an Universitäten als auch an Fachhochschulen angeboten werden. Welcher Mastergrad nach Abschluss des Studiums vergeben wird, ist in der jeweiligen Studienordnung für jeden einzelnen Studiengang an den Hochschulen festgelegt. Weitere Grade Der Master of Engineering hat außerhalb Deutschlands aufgrund seiner vielen Vertifungsrichtungen und Studiengänge in manchen Fällen eine leicht abgewandelte Bezeichnung. So werden unter anderem auch folgende akademische Grade vergeben. Master of Science in Engineering Master of Business Engineering Master of Business Administration and Engineering Master of Systems Engineering Master of Business 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 Engineering